Flanke auf den langen Pfosten, die kommt gut, riesen Chance für Lewandowski, Tor, es könnte das Tor zum Aufstieg sein, denn damit verbessern sie ihre Ausgangslage zusätzlich, ganz klar, sie wollen das heute packen, die wollen keinen Zweifel mehr aufkommen lassen, das sieht gut aus. Hier nochmal die Wiederholung des Tors, wir sehen den Konter und dann macht er das natürlich super, lässt den Ball noch kurz aufspringen.